Und Willkommen zurück bei Let's Play Starbound! Allöchen! Jawohl, und wir dringend... Wir dringend Galaxien vor, die noch nie einen Vogel zuvor gesehen hat. Und leuchtet das da unten? Ah, hier sind wir! Roboter! Ja, du zählst nicht. Smau, du Ficker! Da seht ihr, der Roboter wird gleich wieder gemeint zum Arm vorgeschieren. Immer dieser Roboter, immer dieser Vogel-Rassisten. Geh dich vergaben, verkackter Vogel, Alter. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr das? Den spammen wir voll dem Wichser. Jawohl, alles schön sortiert und jetzt geht es ab nach unten. Tja, und es ist nicht mehr dunkel. Tja, freu dir einen Keks weg. Ich weiß jetzt übrigens, wie man in zwei Hände eine Waffe nehmen kann. Wie? Man muss einfach zweimal die gleiche haben und die dann auf links und rechts legen. Dann hat man die. Ja? Ja. Oh, also das geht nur, wenn man zweimal die gleiche hat? Ja, und die muss two-handed sein. Wenn die nicht two-handed ist, geht es auch nicht. Und da steht dann two-handed drauf? Ja. Wo würde denn two-handed... Ah, two-handed. Ah, okay, ich sehe es. Was hast du eigentlich noch für eine Knarre? Auch so eine dicke wie ich? Äh, nur eine habe ich. Ah, okay, und was ist das für eine? Ich habe jetzt drei Schwerter zum Beispiel, weil die sind alle nicht gleich. Also ich war, also war halt am besten die Waffen mal, wenn man die dann doppelt findet, dann kann man die two-handed nehmen. Weil wenn du ja zum Beispiel zwei Waffen hast, die acht DPS geben, aber ein Hammer hast, der elf DPS geht, kannst du besser die zwei Waffen nehmen, weil die dann zusammen 16 gehen. Ich weiß, außerdem sind die bad-assiger. Ja. Du kommst jetzt runter, ne? Nur noch nicht. Kind! Na, Junge, ich komme ja gleich. Boah! Ist der ein bisschen bei der Fritz hier? Ich glaube aber, hier haben wir so in etwa jetzt eigentlich alles abgegrast. Na gut, hier und da noch ein bisschen Eisen, aber... Und sonst... Ich mach jetzt ein Badezimmer. Was machst du? Ja, ein Badezimmer. Jawohl, ich weiß, mit der Dusche. Ich muss dann... Gleich gehe ich unter in die Erde, dann kannst du dir ja dein Zimmer weiter, aber das ist dann auf der rechten Seite. Ja, ja, ich kann dir dann aber davor machen, ich dir dann auch noch eine Diaspitzhacke. Jawohl. Oder vielleicht doch... Äh, ich hab schon wieder vergessen, mir oben die Platinum zu machen. Och, Kind. Warte, ich muss da gleich nochmal eben hoch. Oh, nein. Oh, nein. Wollen wir sehen, ob ich hier irgendwo ein paar Diamanten vergessen habe? Nein, hab ich nicht. Ja, ich lass das Koppel extra da. Okay, das tut mir wirklich leid, dass ihr euch, dass ihr die ganze Zeit über von dem Dave anhören müsst. Wisst ihr, der ist einfach so ein kleines Vatrien! Und übrigens, wenn wer mit uns Starbound aufnehmen will, kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Wir finden es immer gut, mit einem Stargast mal aufzutreten. Der Dead Machine LP weiß noch nicht, ob er morgen Starbound bekommt, er wird ja auch nicht. Ey, jedenfalls, selbst wenn ihr kein Starbound habt, könnt ihr euren Kanal auch kurz vorstellen, so wie der Dead Machine LP, wie gerade gehört hat, wird er möglicherweise jetzt dieses Wochenende dann... Dasselbe geht natürlich auch für Daisy, ne? Ja, ja. Naja, aber bei Daisy es hat das Problem, sich dann zu finden, wenn einer mitspielen will. Und außerdem besteht das Problem, dass wenn ihr uns auf den Sack geht, dass ich euch eigentlich keinen abknall. Ja, ja, ihr kennt den Dave, ja, aus den Aufnahmen. Aber, äh, so, während wir Daisy zocken, einfach, dass ihr euch dann mal auch euren Kanal vorstellt, etc. Was? Junge. Äh... Während wir aufnehmen, dass ihr dann einfach mal ihren Kanal vorstellt, etc. Das können wir natürlich immer mal wieder gerne machen. Schreibt dann einfach in die Kommentare, dann können wir einfach auch einen Termin vereinbaren. Was? Du warst dann auf einmal, aber wir sind weg. Scheiße. Oh, du warst dann auf einmal, wir sind weg. Ja, schön. Warte eine Sekunde. Fuck. Mist, genau jetzt muss ich kurz runter. Also Dave, ich bin kurz weg. Ja. Ähm, unterhalte die YouTuber so lange. Ciao, ich bin gleich wieder da, Leute. So, ihr klein Pennei, jetzt wird mal Tacheles geredet. Haha, nein, Spaß. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin hier grad ein bisschen am Bauen, äh, am Haus. Ich mach hier grad ein paar Lammen dran. Ich hab ziemlich großes Zimmer am Start. Boah. So, ihr klein Pennei. Nein. Ich hab hier echt falsch, scheiße. Weil dieses Lied ist echt ein Ohrwurm, aber ich find's eigentlich ganz gut, dass dieses Lied ist witzig, aber es passt nicht auf YouTube. Meiner Meinung nach. Ich Junge, hier ist irgendwas umgerade. Egal. So, dann mach ich mir jetzt hier noch... Da bin ich auch wieder. Löcheln. Sorry, dass ihr so lange warten musstet. Boah. Diese ganzen Pfötzchen hier unten. Der fällt mir ein, ich könnte hier unten mal nachsehen. Nein, nein. Boah. Kind, nur vergiftet. Und noch ne Truhe. Und wohl, da ist nichts zu. Was haben wir hier? Gift. Schön. Hm, was könnte denn hier drüben sein? Hey, was machst du gerade? Au. Ja, okay, wenn ich dann oben bin, mach ich dir dir ne Diaspitzhacke. Beziehungsweise ich geb dir die Sachen, die du dafür brauchst. Dann kannst du sie dir selber machen. Ähm, und dann baue ich oben weiter und du gehst mal runter. Okay. Aber passt auf, hier sind richtig bekloppte Viecher. Also, bekloppte als du, ja. Das will schon was heißen. Lass noch frei. Stay by your 14. Oh. Hauptsache, der singt, dass die ganze Zeit selber, aber wenn's mal ein anderer... Ja, ich hab mir gerade nur wieder irgendwas falsch gebaut. Oh, scheiße, jetzt kommt schon wieder diese Passage hier. Okay, das ist dein. Da hin. Da hin. Okay, gerettet. Stay by your 14. Junge. Junge, was? Du wirst unbedingt hochladen, dann singe ich ein bisschen Stay by your 14 und ruhig. Du wirst nicht. Bö. Du wirst nicht. Hm. Was würde ich jetzt noch gleich machen? Ah, ja, stimmt. Ich will mir die Spitzhacke verbessern. Hm. Diamond Pickaxe. Ah, ja, stimmt. Oh, ich brauch 1600 Pixel dafür. Ich hab 1200. Was war das, was ich dafür brauche? Das andere? Ah, ja, stimmt. Ich muss hier die Diamanten erst mal schmelzen. 21 Diamant. Oh, mhm. Schick, schick. Oh, ich muss schon wieder fressen. Nice. Sieben Diamanten habe ich jetzt. Okay, mal gucken. Jetzt fehlen es nur noch die Pixel, an denen es liegt, ne? Nein! Ich brauche genau ein Diamond Ohr, Junge. Ne. Doch, Junge, genau ein Diamond Ohr. Dann hätte ich eine Diamantspitzhacke. Hm. Boah. Was hast du denn hier gemacht? Sieht richtig nice aus, da. Mit dem Brunnen. Ey. Ja, hier mache ich jetzt eine kleine Disco. Die nur für uns bestimmt ist. Jawoll. Man, da ist mit den Lautsprechern noch so. Genau, lass dann hier unten, wo dieses USCM steht, dann so ein geheimes Labor oder so hinbauen. Mal sehen, was ich für ein geheimes Labor noch habe. Ich kann dir die Türen für das geheimen Labor geben. Wart mal. Hier, warte. Ja, warte. Hier, ich lege sie dir jetzt hin. Okay, mach. Ja, ich muss vorher nämlich nur mal... Oh, ich muss was essen. Die war noch... Nein. ...delein platziert. Ich muss mal kurz hoch aufs Schiff, weil... Nee, hab ich auch noch was für dein geheimes Labor. Ja, okay, sauber. Ich hole noch von oben vom Schiff was. Wurde mal bitte noch vom Schiff. Paar, äh... Paar Tische und bis hier... Mach ich, mach ich. Und diese Wandteppiche. Jaja. Was haben wir hier noch? Nice. Das könnte richtig gut. Das passt auch super zur Disco. Dann das hier ist auch nicht schlecht. Äh... Die sind super für das geheimen Labor. Auf jeden. Genauso wie diese Teile hier. Äh... Diese Stühle passen auch ein bisschen zur Disco. Diese Lichter können wir auch gut gebrauchen. Dann kann ich noch diese Stühle mitnehmen. Und diese Bänke. So, jetzt mal beim Dave aufs Schiff. Dann... Können wir hier mal gucken. Oh, Junge, was ist hier alles dran? Ja, hier haben wir noch mehr davon. Super. Äh, was ist das denn für ein Tisch? Hm, egal. Und noch mehr von diesen Stühlen. Zwölf. Nice. Und was ist da? Ist das sowieso ein Teil? Ja, die können wir auch mega gut gebrauchen. Das ist auch mal eben. Mach so eine Turbine. Oh, nicht schlecht. Löschel. Das hier wäre auch super. Das mach ich so für die Disco. Und, äh, ich hab auch für die Disco ein paar Sachen. Die geb ich, die schmeiß ich dir dann oben hin. Das, das passt mega. Zum Labor. Äh. Die geben wir aber das für die Disco. Ja, ich geb's dir unten. Das nehm ich auch mit. So, ah, da gibt's noch mehr von diesen Teilen. Die waren da. Nimm dir ja auch mal so ein paar Tische raus. Die Pipes nehm ich auch mal mit. So, jetzt geh mal her, das für die Disco. Warte. Leg das mal jetzt da hin. Kissen, nein, ich geb dir das unten. Oh, Juhu. Das muss unten geschehen. Tschö. Dieses Kind. Kameras hast du nicht mehr, ne? Nein, leider nicht. Dann nimm dir ein paar, nimm ein paar vom Raumschiff mit. Die brauchen wir da eigentlich auch nicht. Ey, jetzt hab ich das Bett mehr. Junge, wie viele Viecher kamen hier denn bitte schön rum? Scheiße, was wird mit warten, dass jetzt das auf dem Raumschiff war? Warte das. Das geht bei dir von uns hier. Junge. So. Und nimm mal auch diesen großen Monitor oben ist, wo diese ganz vielen anderen Monitoren waren. Weißt du? Ja, wollen ich auch. Okay. Nimm mal einfach alles, was so zu einem geheimen Bunker oder Labor passt mit. Nein, das kommt in die Disco, der Monitor. Nein, Junge. Oh. Den brauchen wir hierfür. Mit dem können wir gucken, was bei den ganzen Kameras ist. Nein, der Disco, der kommt nicht in die Disco. Nein. Doch, ich hab nämlich schon Plänchen. Wow. Ey, der Dave hat einen Plänchen. Den. Dann läuft er die ganzen Tag noch hoch und runter der Verziehung. Ja, ja. Den ganzen Tag ist er der Verziehung. Lass es. Ey, Junge, warum sind so viele Tiere bei uns vorm Haus? Ich hab doch gesagt, dass da viele sind. Aber nein. Alter, er geht ab. Guck dir das da an. Du hörst ja nicht zu. Das ist Dave bei der Verziehung. Junge. Tut mir leid, die Liebe YouTuber. Das heißt, Dave jetzt die ganze Zeit damit nervt. Ach, der Junge toll zu Tage. Die wollen sowas teuer. Die wollen alle das verziehen. Junge, nein. Du sollst dich scheiß Fackeln nehmen. Geht doch. Doll. Jetzt kann ich das hier nicht aufheben. Aber jetzt geht er ab. Oh, da meldet sich der Timer vom Boden. Der mein Handy ist runtergefallen. Genau, der Timer meldet sich. Ja, dann würde ich sagen, sie muss in der nächsten Folge wieder von Let's Blaze. Bis dabei und bis dahin.